Nein, ich krieg die immer. Oh mein Gott! Yes! Die Abkürzung hin, ich krieg die und ich bin erster. Hast du gesehen? Ja, Mann. Alter! Warte, ich flieg ins Ziel. Guck. Oha, wie geht denn das? Oh, let's go. Ja, bitch! Nein! In dem Moment kommt der Panzer. Da, wo ich erster bin, kommt der Kackpanzer. Und vor allem, ich hab dich mit der Banane abgesniped. Hast du das gesehen? Ha, ausgewichen. Jawoll, du kriegst richtig aus dem Maul. Nein! Ich krieg auch aus dem Maul. Also jetzt hier, Gamer-Focus-Modus. Geil, ey. Also hast du das gesehen, wie ich dich mit der Banane gesniped hab? Ich hab extra auf deinem Bildschirm geguckt, wo ich hin muss. Ja! Moin, Leute. Hara wieder am Start. Wieder mit Felix. Auch seien das Filsch, Leute. Heute spielen wir Mario Kart 8 Deluxe, Leute. Ich bin ziemlich gehypt. Ich feiere das Spiel ja komplett. Ich hab's immer nie gespielt, weil kein Bock und keine Zeit so. Also vor allem kein Bock. Ich hab halt bis jetzt nur das erste Mario Kart gespielt. Da bin ich auch ganz gut drin. Also ich hab absolut keine Ahnung, wie zum Fuck dieses Mario Kart funktioniert. Also... Ich würd sagen, wir machen erstmal so... Ja, das erstmal... Wir machen erstmal ganz einfach. Mit 50er-Grupp-Raum, okay. So. Ja, perfekt. Ist so genau die zwei... Äh... Ja, ich bin schon verbunden. Ist ja perfekt. So, und jetzt, du bist blau sozusagen, wo ist dein Charakter aus dem Team? Waluigi. Waluigi. Die ganzen richtig guten Leute spielen ja bei Waluigi. So. Was kannst du mir für ein Fahrzeug empfehlen? Boah, keine Ahnung, du. Ich kenn mich da gar nicht aus. Ich auch nicht. Aber ich guck dir immer so richtig viele Videos. Ich würd dir am Anfang... Ich würd dir am Anfang erstmal ein Auto empfehlen, also kein Bike. Weil so Bike ist, würd ich sagen, eher... Bisschen verfahren, oder? Ja. Ich hab ganz lange dieses... Ähm, warte so... Bisschen rumtun. So ein weißes Auto... Äh, genommen. Das sieht episch aus. Warte. Ja. Kannst du mir... Oder ich guck einfach mal ein bisschen rum, was es so für Autos gibt. Also, die sind im Ziel des Autos sind scheiße, so viel weiß ich. Ich hab das immer genommen. Ich hab das immer genommen. Ich hab das immer genommen. Das ist eigentlich... Ja, genau. Ich find das irgendwie cool. Ja, das... Was gibt's denn für fancy Reifen? Keine Ahnung. Ich glaub, die hier sind ganz gut. Ein Gleiter ist eigentlich scheißegal, aber... Oha, Vario-Gleiter, let's go, Leute. Ich bin bereit. Wie funktioniert die Steuerung? Also, du, äh, musst A gedrückt halten für fahren. Ja. Und dann kannst du hier mit dem Joystick, ähm, sozusagen fahren. Ja. Äh, so lenken, mein ich. Ja. Ähm, rechts musst du gedrückt halten für fahren. Ja. Du drückt halten für driften in der Kurve. Okay. Geht auf links? Ne, und links, äh, wirfst du ein Item ab. Ach, okay. Dann ist das anders als das erste Mario Kart. Ich mein, natürlich logisch. Ich hab das erste Mario Kart einfach mal... Oder ich weiß nicht, ob es das erste war. Aber ich hab's auf der Switch, äh, auf der Wii gespielt. Echt? Das ist ja cool. Ja. Ich hab wirklich das allererste. Das ist krank schwierig, Leute. Aber ich feier's komplett. Okay. Ich kann da so ein paar richtig coole Tricks. So powersliden oder so. Ja, powersliden ist halt praktisch so dieses, äh, in dieser Richtung. Ich versteh nicht, wie das Driften geht. Hä, ich hab irgendwelche Hilfemodi an, Alter. So ein bisschen verzögert. Ach, man muss das gedrückt halten zum Driften. Ja, genau. Und dann kann man's loslassen. Oh, man muss A gedrückt halten, war. Oha, schießt dich ab jetzt. Hä, warum bin ich denn runtergefallen? Ich weiß, du siehst deinen Platz ja gar nicht. Wir müssen die Facecam verändern. Ja, auf jeden Decker. Und jetzt hier richtig schön. Ich geh richtig ab. Wie schießt man Items ab? Damit, ne? Weggesniped, Alter. Hast du gesehen? Ja. Okay, was krieg ich für ein Item mit einer Bombe? Als ob du frommer bist, Alter. Geh mal weg. Jo. Ja, das Spiel ist eigentlich voll geil. Ja, man ist halt so. Und wenn du möchtest, kannst du noch so, wenn du, ähm, gerade beim Abspringen bist von irgendwo, ähm, deinen Controller so schütteln und dann machst du so einen Trick. Ach, so geht es. Genau. Müsst du so ein bisschen schütteln. Ich werde es ja klar, aber es ist ja nicht schwer, einfach schütteln. Naja. Okay. Bin ich spannend. Oh, ich muss ja gedrückt halten. Ah, nein. Ey. Ah, ich hab den Deck gesniped. Nein. Hast du gesehen, Digga, bin ich extra langsamer, also natürlich extra dafür, bin ich langsamer gefahren, natürlich. Ja, ja, klar. Ey, diese Hohen sind dann, bleib mal weg von mir. Oh, falsche Richtung. Oh, shit. Kann man irgendwie dieses automatisch fahren, Dings ausschalten? Ja, komm. Hä? Was überholt ihr mich alle? Ach, nee, ich muss es ja gedrückt halten, das vergesse ich immer. Ah, andersrum. Ich denke mal, das erste Mal, da muss man halt so in die andere Richtung driften, wie das geht zumindest. Ist ganz frisch. Oha, ich hab noch jemanden abgeschossen. Oha. Knappe Kiste. Oh, ich hab jemanden nur noch getroffen. Digga, als ob ich dritter bin. Oh, scheiße, ich bin wieder runtergefallen. So, lol. Was war das denn auch für ein Bach von mir? Hä? Digga, wie viel da bin ich? Warum sind so viele Leute vor mir, Digga? Ich hab mich grad einfach fast selbst abgeschossen. Ja, witzig. Ich mein, wer nicht das erste Mal? Digga, wie soll ich den Spaß denn je überholen, Digga? Was soll das denn? Ich kann dir gleich noch einen kleinen Trick zeigen. Das war's mir nicht eingefallen, wenn du so alt bist. Ah! Was, dein Hurensohn? Hä? Als ob ich nicht erst zweiter bin. Wie viel da bin ich? Komm, komm, sniping. Oh, shit, voll der nebengehauen, Digga. Ah! Oh, komm, ich überhol die noch! Let's go home. Erstmal Facecam war anders hin. Ja, Digga. Wie viel da bin ich zweiter? Ja, du bist echt zweiter geworden. Alter, easy. Digga, Digga. Ey, aber, ähm, kurzer Tipp. So, wenn du, wenn du so einen Panzer, so einen grünen Panzer oder einen roten Panzer auch, oder so Bananen-Fallen machst. Ja, dass wir den nach hinten tun, oder? Ja, genau, du musst halt gedrückt halten dafür. Den hier? Ja, den hier, du kannst aber auch den hier gedrückt halten, also da geht beides. Geht rüften auch mit dem Untergang? Ja, genau, genau. Ach, viel entspannter. Ja, viel entspannter, wollte ich grad sagen. Ja, den hier geht es halt nicht. Echt, scheiße. Ärgerlich. Hier geht das A drücken, wa? Warum? Scheiße, ich hab verkackt. Ja, du musst so, ähm, sobald zwei ungefähr musst du anfangen zu boosten. Okay, okay. Aber ich kenn, ich kenn diese Merksite gar nicht, Digga. Ich kenn die, aber ich kenn, ich kenn, ich kenn den, weil wir auch, aber ich kenn ja jetzt nicht so auswendig, dass ich genau weiß, wo ich anfangen muss zu boosten. Oh, ich hab mich bald mit Bananen-Gelb abgeschossen. Ah, ich hab vergessen, es dann zu machen. Digga, diese eine Kurve hier ist so episch, Digga, du kriegst einfach diesen komplett fetten Würft. Ist ja geil. Du siehst an, Digga, der ist einfach Liga bei mir. Alter. Oh, nein, hab ich verkackt. Oh, ich hab' ich verkackt. Na, ich dachte, ich hab' ich verkackt, weil so wie ich es in den Sinn hab' ich bekomme. Ich glaube, ich weiß es nicht. Doch ich glaub, doch, verkackt man den dürft. Oh, shit, ich muss ja jetzt nach rechts. Da sind die Spannung aufgerissen. Oh, ich hab' ne Hupe, komm her. Komm her, hä? Na komm her. Na komm her. springen und selbst eingesetzt die grüßt ich würde was für niemand springen kann aber es geht glaube ich gar nicht in dem spiel du kannst mir irgendwie dieses assist-ding da ausschalten damals das nervt übelst er ist fast nicht funktioniert mit dem spring war das gerade ein doppelblitz was verpasst die richtung ich habe aus versehen die falsche richtung drifte ja ich denke hier auf dem höchsten qualitätsgrad ja der ist rot, dafür seid ihr ja hier für mein heftiges Mario Kart Gameplay ist ja eigentlich nice wenn man das so zu zweit spielt war echt voll Bock so ich müsste halt ein bisschen besser sein so dann würde es halt Spaß machen macht sie echt keinen Spaß? ne doch es macht Spaß aber würde halt mehr Spaß machen mhm so kannst du jetzt richtig suchen wie geht es? auch lange drücken nein ich habe geschossen wenn wir noch irgendwas einfällt was man zu machen konnte dann sagen ich bin geil kommt grifte nein das ist auch nicht mein panzer nicht trifft alles gut nein nein nehmen wir doch mal ein bisschen ja dicker was ich war natürlich parallel würde sowas auch niemals tun ich kriege ich einfach kein niederland trifft oh nein ja ich hab's verkackt diesen Panzer als Schuss zu nehmen nein ach ich hab ihm wieder geschossen aus Versehen tut mir richtig leid man oh hat Doppelitem bekommen nein was willst dein hoher Sohn was wollen die komm erstmal in die Fresse schießen hier dicker was hat ihr den Pilz dicker ich bin die ganze Zeit ja let's go ich wollte schon grad sagen ey was fährst du so schnell dass der Stachen gewicht trifft alter dicker das hat echt Bock gemacht aber was fällt ihnen ein mich einfach alle abzuschießen ja aber man kann das auch noch schneller einstellen das macht den Bock ja ich weiß dicker ich hab einfach beim ersten Mario Kart 150 Hupen freigeschlagen dicker das macht so Bock dann können wir auch noch 200 CZ entzünden dann kann auch 200 CZ entzünden boah nee erstmal muss ich besser werden ja klar war vielleicht ruhig über Mario Kart 9 oder so weil macht schon irgendwie Boxe hat 9 oder wenn das kommt oder so Mario Kart 10 oder wie wir es nennen würden ey wir mal weg schwarz Mario Kart X auf Apple angeben oh gar kein Bock oha ich hab ein Licht hier am Start Digga mein scheiß trifft lässt sich letztlich eigentlich nie so oft wie er soll so ein Kackdreck sieht es irgendwie in meiner Kombination was denn jetzt passiert Digger lade ich doch mal auf so Kackdrift was hast du Hä? was macht denn der Panzer da hinten warum ist der vor mir der Hohensohn komm schießen meine ab leute draussen mein junger warum bist du langsam ach voll der nebenbild wo ich habe einen auffordernehmen gesetzt komm trifft ihn was er ist er nein du hast mich auch leidiger ehrenlos was fällt dir ein schätze ich wollte meine banane behalten eigentlich anhand der banane jetzt voll angst dass ich abschließt nie bitte bitte ohr war das Hexiger Digga ich krieg keinen Lied in den Boost egal was ich mache jetzt hast du mein Eis mir geslaut du dreckiger lustigerweise habe ich alles kann ich meine scheiße egal du hast eine bombe würde ich mal vermuten ich verstehe nicht warum ich krieg das ja gott ich will nicht runterfallen jetzt dem driften nicht so richtig nein nein direkt vor der alten was wurde ich abgeschossen hier zwei pürze das wird jetzt episch leute hast du die abkürzung gesehen ja die machte konnte immer nein ach es geht ja noch weiter ich dachte es war schon vorbei komm ich dachte ich gewinne hier ihr seht ja ich sehe schon wie krank episch diese wette zu werden vielleicht will ich mir wirklich mal keine neun oder so das mache ich bock digga man ich hasse das dass ich jetzt mein panzer weggeschossen aus versehen komm schon stachy digga ich kriege einfach keinen lilanen trifft man sieht einfach gar nichts das fangt mich so ab komm triple red shells shit bananen was riecht mit bananen die pürze ich mir auch für die abkürzung so viel weiß ich schon aus dem ersten mal kann leute pürze aber für die abkürzung aufgeben nein so viel zu daten so viel dazu ich brauchte meinen stil ich bin dritter wo kommt ihr her was das denn wo sie ihn herkommen hast du das gesehen tot ist es wo ist ein tot hergekommen digga keine ahnung dort ist doch pilze ja ich hab noch eingesetzt und dann war er auf einmal vor mir dann ist tot ne da ist tot rausgesprungen aus dem wild ach so ja da gibt sie nicht lass mal bald 150er spielen digga ja man da muss ich ja besser werden opfer schupe hey was fährt der vor mich der wohnsohn naja ja komm gib mir das doppelte jetzt als ob du vor mir bist ja ich hab drei mannen kommt macht auch ein scheiß driftiger nicht trifft springen ich mache er macht das einfach immer nicht bei mir war die epischen drifts davon ja ja oh gott also ich hätte fast getroffen digga hast gesehen nein ich krieg sie immer oh mein gott ich habe kürzungen gekriegt und ich bin erster hast du gesehen ja alter ja warte ich fliege ins ziel guck oha wie geht denn das oh let's go ja bitch nein aha in dem moment kommt der panzer da wo ich erst bin kommt der kackpanzer und vor allem ich hab dich mit der banane abgesniped hast du das gesehen ha ausgewichen jawoll du kriegst richtig aufs maul nein ich krieg auch aufs maul also jetzt hier gamer focus modus geil also hast du das gesehen wie ich dich mit der banane gesniped hab ich hab extra auf deinem bildschule guckt wo ich hin muss ja auch alter oha ich hab ne bombe komm nein ich fahr gegenwände ich seh nichts oh shit ha 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 ich hab wieder mit der bombe abgeschossen komm ja ich hab es dann gemacht ich hab aus Versehen verpackt den scheiß von uns geht es halt irgendwie nicht witzel zu groß let's go digga ich auch ich hab auch den Sand neiii weißt du oh 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 die abkürzung boys wie kann man jetzt hochfliegen nein du musst du musst dein Drollfun so ein bisschen nach unten halten also weißt du warte ich ich zeig das nicht ja ist schwer zu erklären so muss halt mit deinem ähm mit deinem stick so zielen muss ich mann ich hab ihm wieder die preise abgeschossen aus Versehen ich war jetzt hier oben lang du auch Münzen aber ich glaube das ist ein ganzes speedrun videos ach hier gibt es garantiert ein doppel das was bringe ich die Münzen ja fährst du schneller echt ja je mehr Münzen hast du schnell fährst du das andere ade sich halt wirklich aufeinander alles da haben ich halt einen roten pfeil nein jawohl da ist die rache dicker schaffe ich die abkürzung ja was ist auf jeden fall ein fall dann runter das wäre super dankeschön ich habe dir das zweite mal vorhin aufgeschaut warum hast du eben so einen krassen abstand ey yes nice Glückwunsch guck und jetzt mach ich einfach so ach du musst ihn runter drücken ja ah nice guck mal was für den abschneiden wir haben dicker ja ja geiles rennen dicker das ist ja richtig eklig wie ich sich mit der benahmende gesniped hab und dann der panzer kommt dicker ja alter ich hab extra gekocht wo du landfährst ne so auf richtig ekliger basis hehehe man ich hatte mich echt nur vorne gesehen dicker guck mal wer mich kramt halt irrenlos guck mal wer sich da in aphro dies war so episch und dann geh ich auf die rampe und ich schaff sie trotzdem dicked und dann ist er richtig angeschlossen ich lach fremd und dann krieg ich aus dem haulen Das war schon geil. Das war richtig geil, Dicker.